Ich werde niemals... Ich hoffe, das funktioniert. Halt! Was sind eure Absichten? Ich bin Jaina Prachtmeer. Ich ersuche eine Audienz bei Lord Admiralin Catherine Prachtmeer, Prachtmeer, meiner Mutter. Keine Sorge, wir bringen euch schon zu ihr. Ihr werdet euch für eure Verbrechen gegen Kul Tiras verantworten. Wie ihr wünscht. Aus dem Weg! Wir haben gefährliche Gefangene bei uns! Ich sehe, die Stadtwache ist diszipliniert wie eh und je. Mein Vater war so stolz auf sie. Und jetzt sehen sie mich als Verbrecherin. Mama, wer ist die Frau? Komm jetzt, wir gehen heim! Sofort! Wahrscheinlich habe ich das verdient. Schafft die Zivilisten da weg! Sichert den Bereich! Es ist die Tochter der See! Lady Jaina! Ist sie das wirklich? Sie kommt zurück, um es zu Ende zu bringen. Mörderin! Verräterin! Ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Für die Allianz! Verräterin! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin ganz ohr. Was gibt's Neues? Wo drückt der Schuh? Ob Blut oder Gold, alles hat seinen Preis. Ahoi! Auftrag ist Auftrag, Kumpel. Ah, die offene See. Ein Seemannslied auf den Lippen, der Wind im Brusthaar, das nenne ich Freiheit. Also, es sei denn, ihr wurdet zum Marinedienst verdonnert oder von Piraten gefangen genommen und dann von der Marine verhaftet. Langsam, Kumpel. Ich weiß, ich bin zum Anbeißen, aber wir haben Arbeit. Wisst ihr, was die Definition von Wahnsinn ist? Immer wieder dasselbe zu tun und keine Backpfeife dafür zu erwarten. Habt ihr Durst? Ich hab Durst.